In dieser Präsentation zeigen wir Ihnen, wie eine Unit aufgebaut ist und wie mit dem Lehrmittel gearbeitet wird. In diesem Abschnitt tauchen wir direkt in eine Unit ein. So sehen Sie, wie die Konzepte, welche Open World auszeichnen, in der Praxis umgesetzt werden. Jede Unit beginnt mit einer Einstiegsseite im Coursebook, auf der sich die Goals, der Focus und die Keywords befinden. Hier sehen Sie als Beispiel die Einstiegsseite der Unit 2, Weird and Wonderful Games. Anhand eines ansprechenden Fotos werden die Schülerinnen und Schüler aktiviert. Das Bild liefert sowohl inhaltlichen als auch sprachlichen Gesprächsstoff. Sie können mit der Frage Are you game? direkt einsteigen. Zudem sehen Sie und Ihre Lernenden auf der rechten Seite die Lernziele der Unit. Weiter ist ersichtlich, auf welchen Focus Task in dieser Unit hingearbeitet wird. Dem gesamten Coursebook liegt grundsätzlich das Doppelseitenprinzip zugrunde. Die Units sind übersichtlich nach Unterthemen gegliedert und bilden Einheiten auf ein bis zwei Doppelseiten. Die Anweisungen sind standardisiert und klar formuliert, sodass sie leicht verständlich sind. Was sofort auffällt, ist die übersichtliche Gestaltung. Die wenigen Icons dienen zur einfachen Orientierung zwischen den verschiedenen Lehrwerksteilen. Auf der linken Seite sehen Sie beispielsweise zweimal das Symbol Filmclip. Dieses Icon verweist auf einen audiovisuellen Input zum Thema. Weitere Symbole dienen als Hinweis auf Audios oder Support- und Boost-Aufgaben. Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler werden sich mithilfe dieser Icons gut im Open-World-Material zurechtfinden. Bei jeder Unit finden Sie und Ihre Lernenden klare Anweisungen, wie eine Aufgabe zu erledigen ist. Alle Mini-Tasks führen konsequent auf den finalen Task hin. Farbig hinterlegte Infoboxen unterstützen Ihre Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum finalen Task. Diese stellen kurz und bündig interessante und relevante kulturelle oder sprachliche Informationen dar. Der Language Companion ist die optimale persönliche Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler. Darin finden die Lernenden die Rubriken Words to Learn, also den Lernwortschatz pro Unit, sowie den Language Check. Das sind Grammatikübersichten zu den in der Unit behandelten Sprachstrukturen. Im Portfolio findet die Lernreflexion statt. Die Schülerinnen und Schüler lernen dort, ihre Kompetenzen und ihre Lernfortschritte selber einzuschätzen. Auch Inputs zu Lernstrategien und eine alphabetische Wörterliste sind im Language Companion enthalten. Da jede Schülerin oder jeder Schüler über einen eigenen Language Companion verfügt, kann sie oder er jederzeit bei einem kniffligen Thema nachschlagen und sich Sicherheit verschaffen. Auf Englisch heißt es Practice Makes Perfect – Übung macht den Meister. Wie Sie auf dieser Folie sehen, stehen bei Open World viele Übungen zur Verfügung. In allen Sprachlernbereichen finden Sie neben dem Standardangebot im Coursebook auch rund 3000 interaktive Übungen, damit Schülerinnen und Schüler weiter individuell üben können. Zudem gibt es den Lehrwerksteil Grammar and Vocabulary Top-Up. Mit dem Heft üben die Lernenden selbstständig den Wortschatz und die Grammatik, die vorgängig im Lehrwerk eingeführt wurden. Wie wir bereits gesehen haben, ist im Open World Concept auch ein ausgeprägtes Differenzierungsangebot verankert. Anhand der Support & Boost Worksheets können Schülerinnen und Schüler das Gelernte konsolidieren, sowie auch nach Möglichkeit ausbauen. Die beiden Tools Arbeitsblattgenerator und Voka-Trainer bieten weitere Übungsmöglichkeiten, um das Gelernte zu festigen. Zum Thema das Gelernte anwenden. Im Laufe der Unit haben sich die Schülerinnen und Schüler alle Wörter und Strukturen angeeignet, die sie zur erfolgreichen Umsetzung des Tasks benötigen. Die offene Aufgabenstellung des Tasks ermöglicht eine natürliche Differenzierung. Schwächere Lernende lösen den Task anders als stärkere, aber alle können ihn lösen. Dies nennen wir qualitative Differenzierung. In den gelben Toolboxen befindet sich Sprach-Support, den die Lernenden direkt aktiv verwenden können. Am Ende der Unit werden die Lernziele im Portfolio im Language Companion noch einmal aufgenommen und reflektiert. Die Lernziele und das Portfolio bilden damit eine Art Klammer um die Unit. Sie ermöglichen eine gute Planung und eine Reflexion des eigenen Sprachenlernens und bieten Transparenz über Inhalt und Lernziele. Das Portfolio informiert die Lernenden nochmals darüber, an welchen Kompetenzen sie gearbeitet haben. Auf dieser Folie sehen Sie zusammenfassend, wie eine Unit aufgebaut ist. Von der Einstiegsseite geht es über die Minitasks und die im Language Companion verankerte Lernbegleitung in Richtung Focus Task. Da zeigen Schülerinnen und Schüler, was sie drauf haben. Anschließend wird im Portfolio reflektiert und formativ oder summativ evaluiert. An jeder Stelle stehen weitere Übungsmöglichkeiten zur Verfügung und immer wieder werden die Lehrplanmodule Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Medienkunde ins Lernen integriert.